Was machst du denn da? Ich baue hier so einen Stolberg, so ein bisschen mit dem Lars, kleine Rampen. Das andere Team ist hier mit der Beseitigung des Restbetonks beschäftigt. Da muss ich gleich mal gucken gehen, ne? Diese Schäden. Weil da hinten kommt der Skatepark. Hier der DLX-Park. Guck, du musst immer so kleine Teile haben. Das habe ich jetzt in meiner ungefähr zweistündigen Karriere als Tom Bauer... Guck, hier ist so ein Stein, der ist blöd. Den müssen wir wegzunehmen und dann so... Ja, dann aufessen und dann reinspucken und hochdrucken. Beton ist übrigens giftig, wollte ich nur mehr erwähnen. Ah, das sieht doch schon gut aus. Das reicht. Das reicht, okay, gut. Also du hast hier ein paar Steine hingeschmissen und jetzt drückst du den restlichen Beton da drüber und schäfst den einfach. Ja. Ja. Cool. Aber jetzt merkt man voll wie das Volk hoch kommt. Daraus kommt... Lehmhüttenbauer. 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 Ja, ja. Wo ist das, wenn man nerven kann? Ja, ja. Ja, ja. Bleibt erstmal, das bleibt ja garantiert. Ne, auf Dach gebe ich zwei Wochen. Ja, ja. Gut, gut, Mario. Ja, ja. 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 Ja, ja.